Ich möchte ein bisschen in die Diskussion eintreten über das Verhältnis von Gamification und Kunstvermittlung im digitalen Raum. Also auch eben um die Frage ein bisschen stärker noch mal zu diskutieren, wie gehen wir damit um, wenn es um Inhalte geht, die eben nicht nur beim Publikum schon sind, sondern die auch entdeckt werden wollen. Und wie kann man tatsächlich eine Relevanz durch Immersion schaffen und auf welchen Ebenen kann Immersion eben entstehen? Zunächst geht es erst mal darum, sich noch mal anzuschauen. Da haben wir heute schon ein paar Beispiele gesehen. Wie ist denn Kunst im Metaverse vertreten und kann das Metaversum für Gamification und Kunstvermittlung eben Perspektiven aufmachen und wie geht die Kunstvermittlung damit um? Interessant ist vielleicht hier noch mal eine Zahl. Auf der einen Seite haben wir, was das Metaverse betrifft, gigantische Markterwartungen, nämlich angeblich 5 Billionen US-Dollar bis 2030 an erwarteten Umsatz. Aber es hat eine Umfrage von Bitkom gegeben, Anfang 2022, dass 74 Prozent in Deutschland noch nie diesen Begriff gehört hatten. Also da klafft noch einiges auseinander. Andererseits ist unbestritten, dass das Metaverse unendliche Möglichkeiten der Gestaltung virtueller Lebenswelten bietet und gleichzeitig eben auch die uneingeschränkte Vernetzung der Nutzer ermöglicht und das eben ganz andere Szenarien noch mal denken lässt. Die bisherige Umsetzung ist sehr stark von Entwicklungen im Games-Bereich geprägt. Das ist hier auch in den Diskussionen, auch im Chat schon angesprochen worden. Vieles ist da gar nicht neu, was da als neu angepriesen wird. Und wenn wir noch mal auf die Kunst schauen, vor allem auch die Kunstproduktion, von wem jetzt auch immer, ob professionelle Künstler oder auch die Audience, bei der Gestaltung eben dieser virtuellen Welten werden ganz neue Möglichkeiten dieser Kunstproduktion eben geschaffen. Dass dieser Bereich Immersion und Erlebnis schafft, ist ebenfalls unbestritten, wobei auch im Chat vorhin schon einige kritische Anmerkungen auch kamen, ab wann Dinge dann auch redundant werden und wie man auch jetzt von welcher Seite man jetzt Erlebnis definiert. Die Frage, die sie stellt, ist, ob das Spiel vor allem mit Realität und Fiktion auch eine Chance für die Kunstvermittlung gibt und ob aber auch, dass sich das Ganze tatsächlich nur in der Form abspielen muss, wie wir das gerade in den aktuellen Präsentationen des Metaverse eben gesehen haben. Das ist schon als Beispiel genannt worden, also die Integration von, ich sage es mal, musealen Realitäten im Games-Bereich, wo eben ganz stark eben diese Räumlichkeit und die Gestaltung dieses virtuellen Raumes eine Rolle spielt. Und dann möchte ich noch was zeigen von Spatial, hier eine Version Jakob Brinkmann, Architekt und der Sohn unseres Sammlungsleiters Vinzenz Brinkmann im Liebighaus, Sammlungsleiter Antike. Der hat in Spatial eben einen eigenen Raum kreiert, wo er die bunten Götter nicht nur in 3D-virtueller Umrundung ermöglicht und auch die Kommunikation mit anderen darüber, sondern zugleich kann man da auch Filme schauen über die Skulpturen und so weiter und der Raum ist eben von ihm gestaltet. Nochmal zurück zum Thema, was will eigentlich Kunstvermittlung und die dazugehörigen Ziele und Methoden, vor allem wie wir es hier auch am Städel Museum bisher praktiziert haben. Es gibt immer noch diese Art des Museumsbesuchs, nämlich man läuft auf ein Werk zu, was einen interessiert und statt aber dann kurz vorher auf das Werk zu schauen, beugt man sich über das Schild und sagt, ah, Picasso und geht wieder. Das heißt, in diesem Fall ist die Frage, ob es wirklich ein Audience Engagement ist, eher mit Nein zu beantworten, sondern es hat eher was damit zu tun, ob man den Wert vielleicht eher in der Bekanntheit des Künstlers oder der Künstlerin sucht. Wir teilen im klassischen Museumsbesuch das Erlebnis etwas auf. Über die Aura ist ja auch schon gesprochen worden. Hier die Luca Madonna von Van Eyck. Da geht es einfach zunächst mal darum, nur zu erleben, was man sieht und das Original eben physisch wahrzunehmen. Und auf der anderen Seite gibt es diese unglaublich vielen Schichten und Ebenen und Kontexte, die sich im Museum, das ist auch schon angesprochen worden, Stichwort Museum Fatigue, eben nicht vor Ort und am Objekt unbedingt vermitteln lassen. Wir haben bei der Entwicklung unserer Publikumsangebote uns angewöhnt, eben diese W-Fragen zu stellen, was, warum, wann, für wen und wie. Und das sowohl im analogen wie im digitalen Bereich so zu handhaben. Und ganz früh haben wir uns eben aber trotzdem gefragt, wie können wir es denn schaffen, dass Kunst wirklich auch berührt und nicht einfach nur ein visueller Eindruck bleibt. Dazu hatten wir schon 2011, also das ist wirklich schon lange her, einen Medientisch entwickelt, wo man über Themen und sehr spezifische Fragen hier zum Beispiel, wie viel Ordnung braucht die Stadt? Und dann taucht als Antwort nicht ein Satz, sondern ein Werk aus unserer Sammlung auf, wie wir da eben Besucher stimulieren, etwas tiefer auch nachzudenken und ihre visuellen Eindrücke nochmal anders aus ihrem eigenen Lebenserfahrungsbereich zu betrachten. Also erkenne ich die Wirklichkeit oder sehe ich nur, was ich kenne? Hat Farbe einen Klang? Also das waren eben Fragen, die dann zu den Werken geführt haben, die man aber selber nach eigenen Vorlieben geklickt hat. Ab 2015 sind wir dann mit der digitalen Erweiterung rausgegangen im Städelmuseum. Und hier nochmal kurz zur Strategie und Umsetzung. Wir haben uns nämlich erst eine Strategie gegeben. Ausgehend von unserer Gründungsgeschichte geht es bei uns schon sehr stark darum, den Bildungsauftrag in den digitalen Raum zu erweitern, damit neue Zielgruppen zu entdecken, aber auch Zugänge zu nicht ausgestellten Beständen zu ermöglichen, die viel größer sind als das, was man im Museum sehen kann. Und dann aber auch ganz klar, dass man eben technologische Entwicklungen für die Kernaufgaben des Museums nutzt. Auch wir haben uns mit dem auch schon im Chat erwähnten Second Life beschäftigt und hatten uns bei unserer Strategie aber damals dagegen entschieden, weil sich gezeigt hatte, dass damals ein kurzer Moment der technischen Beeindruckung zwar bei den Nutzern war, aber dass es sich am Ende für die Kulturinstitutionen aus Vermittlungsperspektive nicht unbedingt ausgezahlt hat, diesen Weg der Präsentation zu wählen. Und das gilt auch eigentlich für sämtliche Nachfolger dieses Modells, die es dann bei Google Arts Projects oder so gegeben hat. Also da haben wir auch mitgemacht mal eine Weile. Wir haben einfach gemerkt, das ist nicht das, was die Ziele, die wir haben, erfüllt. Wir haben dann eine ganze Menge digitale Angebote für unterschiedliche Zielgruppen entwickelt, darunter auch eine VR-App, die aber nicht bestehende Räume zeigt, sondern eben Rekonstruktionen aus dem 19. Jahrhundert, die sonst in der Abbildung nur etwas trocken rüberkämen und die man in der VR-Anwendung als virtuelle Rekonstruktion tatsächlich intensiver erleben kann und dadurch auch eben, dass man dadurch eben auch mehr Besucherinteresse wecken kann. Wichtig bei der Entwicklung unserer Angebote ist, dass sie die User Journey berücksichtigen. Das heißt, die Frage, wo erlebe ich etwas oder wo komme ich mit Inhalten und Kunstwerken und unserer Sammlung in Kontakt vorher, während des Besuchs oder nach der Ausstellung oder auch überhaupt nie bei einem Besuch, immer nur von extern. Darauf ist das ganze Portfolio abgestellt gewesen. Ein wichtiger Bestandteil dieser Entwicklung damals der digitalen Erweiterung war ein Game für Kinder. Imagoras, die Rückkehr der Bilder, zusammen mit der Game Design Firma DEC13, entwickelt für Kinder ab acht Jahren. Und da haben wir schon erstmals die Frage eben diskutiert, wie kann man eben ein direktes Eintauchen in die Werke erzielen und trotzdem ist es aber ein Spiel. Also es ist nicht irgendwie, man hat nicht das Gefühl, das ist jetzt ein Kurs oder gar ein Schulangebot, wo man sich mühevoll zu irgendwelchen Lernerlebnissen überwinden muss, sondern es geht wirklich um eine Erlebniswelt. Und da war es sehr interessant, dass die Computerspielfirma uns eigentlich dazu geraten hat, nicht extra Räume zu designen, die dann am Ende auch nicht unbedingt harmonieren mit den Werken, um die es geht, sondern dass die Werke selbst die Welt sein sollen, in der dieses Spiel spielt. Und ich zeige hier so einige Beispiele, Screenshots aus dem Spiel. Und man sieht schon, wie man eigentlich dann doch richtig reingezogen wird, dadurch, dass man keine extra Welt designt hat. Und was den Spielmechanismus angeht, da geht es auch nicht nur einfach darum, obwohl es ein Point-and-Click-Adventure ist, irgendwelche Dinge einfach nur mengenmäßig einzusammeln, sondern hier ging es zum Beispiel darum, dass man auch so etwas wie Gefühle einsammeln muss. Es gibt hier in dieser Szene einen Hund, der der einzige ist, der sich mutig dem Löwen entgegenstellt. Das galt es zu entdecken und dieses Gefühl eben für ein anderes Werk, um das es dann weiterging, einzusammeln. Also eine relativ komplexe Spielmechanik war das. Und das hatte sich auch für die Zielgruppe bewährt. Und wir sind dann noch einen Schritt weitergegangen und haben gesagt, wir wollen jetzt mal schauen, wie wir nicht ein Spiel machen, aber eine Gamification nutzen, um Vermittlung etwas breiter aufzustellen und attraktiver zu machen im Rahmen unseres Online-Kurses. Und dann haben wir uns eben so Fragen gestellt, wie kann man eben hier die Struktur abstrakter Kompositionen erkennen, die räumliche Anordnung oder auch so etwas wie Lichteffekte und Transparenz. Und haben dann hier so ein Schiebespiel entwickelt, wo die Nutzer dann selber versuchen mussten, mit diesen einzelnen Elementen zu schauen, was sie selbst für eine Komposition arrangieren und das dann vergleichen mit dem ursprünglichen Werk, das dann wieder ausgeblendet war. Hier ging es darum, bei diesem surrealistischen Bild die Wahrnehmung zu trainieren und auch das Surreale im Realen zu entdecken. Und das wurde dann mit so einem Begriffsklickspiel umgesetzt, wo man eben dann anklicken muss, welche Gegenstände hat man eigentlich gesehen. Und bei diesem Werk ging es darum, für viele heutige Besucher sieht das sehr gegenständlich aus, aber es gibt viele Partien, die sind doch relativ abstrakt und mit Pastros und Farbauftrag versehen. Und das haben wir umgesetzt in so ein Schiebepuzzle, was durchaus anspruchsvoll ist, weil man doch bei manchen Partien gar nicht weiß, wo sie hingehören. Weiter ging es noch mit so Begriffs- und Buchstabenspielen bis hin zu quizähnlichen Anwendungen. Und wir kamen aber schon in dieser Konzeptionsphase ab und zu an die Problematik, die sich im Umgang mit Kunst ja immer stellt, dass es auch Dinge gibt, die man gern vermitteln würde. Die kann man aber nicht in einer Spielmechanik umsetzen, in der es nur mit Ja und Nein zu antworten gilt, sondern man muss auch andere Möglichkeiten finden, wie man eben entsprechende Inhalte spielerisch transportiert. Und das hat uns damals auch mit unseren Umsetzungspartnern sehr beschäftigt, wie man das eigentlich machen kann. Und im Rahmen dessen hatten wir dann, als wir auch das abgeschlossen hatten, überlegt, dass es doch schön wäre, wenn wir doch auch für Erwachsene ein Game entwickeln würden. Wieder mit dem Ziel, eine stärkere innere Auseinandersetzung mit den Inhalten der Kunstwerke zu erzielen. Also das, was man wirklich nur eigentlich gut mit englischen Worten beschreiben kann, also Involvement, Engagement zu erzielen, wirklich eine Verbindung zu schaffen mit den Inhalten der Werke und der Lebensrealität der Nutzer und Nutzerinnen. Und was wir dann zunächst mal durch einen Zufall gefunden hatten, das war unser Projektpartner, nämlich die Firma Neugong in Seoul in Korea, die ein Spiel gemacht hatten, Being Faust, Choosing Mephisto, also Goethes Faust als Spiel, umgesetzt für die Goethe-Institute in verschiedenen Ländern dieser Welt. und Sie können schon sehen, dass das ein hybrides Spiel ist. Man arbeitet sowohl mit seinem Handy als auch mit, also live, man trifft sich vor Ort mit anderen Spielern und hat eben auch einen entsprechenden Austausch. Und uns hat damals wahnsinnig beeindruckt, wie man so einen Stoff wie Faust eben spielerisch umsetzen kann, bis hin zu diesem Nacherleben, wie das ist, wenn man seine Seele verkauft und das eben übertragen eben in eine heutige Lebensrealität. Die gleiche Firma hat dann auch zusammen mit dem Mauermuseum in Berlin ein Spiel gemacht, was sich Mauerspechte nennt, was zeitgleich in Korea, was ja auch eine Mauer hat, und in Deutschland abgespielt hat und wo es auch darum ging, wieder so ein hybrides Erlebnis zu schaffen, also mit dem Handy und vor Ort eben, wo man einzelne Aufgaben erfüllt. Also das war der Grund, warum wir diesen Partner ausgesucht haben und haben dann angefangen, zusammen zu arbeiten. Und die erste Problematik auf ganz praktischer Seite, die wir lösen mussten, war die Frage dieser ständigen Umhängungen in Museen so zu lösen, dass wenn wir ein Spiel eben gemacht haben, dass das dann keine Rolle spielt, ob ein Werk tatsächlich hängt oder eben im Depot ist oder ausgeliehen. Und das hat uns erst mal ziemlich viel Zeit gekostet. Und wir haben dann zunächst mal eine Schnittstelle geschaffen. Ich gehe gerade mal auf diesen anderen Bildschirm. Was man hier sieht, ist tatsächlich unsere Werke in so einem, in einer vernetzten Struktur gezeigt, also auf der Basis unserer digitalen Sammlung und schon mit den einzelnen Verbindungen. Und das sollte dazu dienen, dass über eine Schnittstelle, die alle Daten von allen Werken in unserer Sammlung verfügbar sind für das Game. Und je nachdem, ob ein Werk ausgeliehen ist oder nicht, wird dann eben automatisch das Werk aus der digitalen Sammlung eingespielt. Ja, und als wir loslegen wollten, dann kam die Pandemie und das schien bei einem Partner, der in Korea sitzt und wir in Deutschland, das Aus zu sein. Denn eigentlich war geplant, dass die Kollegen von Neugong einen großen Workshop machen über zwei Wochen im Städelmuseum und wir gemeinsam das Spiel erarbeiten. Das lag dann erst mal buchstäblich auf Eis. Parallel dazu, auch das ist vorhin schon angesprochen worden, hat es unglaubliche Bewegung gegeben, gerade auch in der deutschen Museumsszene. Und viele Museen, die vorher auch gar nicht digital unterwegs waren, haben sich in Projekte gestürzt. Und dann kam etwas wieder auf den Tisch, was eigentlich schon zumindest in einigen Kreisen als schon erledigt galt, nämlich, dass man wieder sehr stark in so 360-Grad-3D-virtuellen Raumerlebnissen unterwegs war, auch mit Angeboten der Kunstvermittlung. Wir am Städel sind einen anderen Weg gegangen. Auch wir haben Online-Führungen gemacht, aber haben den digitalen Raum etwas anders interpretiert. Nicht im Sinne von architektonischem Raum, sondern Raum, der vernetzte Inhalte und Zugänge und Kommunikation auch der Teilnehmer untereinander bieten kann. Wie zum Beispiel das Einsetzen von Umfragetools in Online-Sessions, wie wir sie dann genannt haben. Also wo nicht nur ein Kunstvermittler, eine Kunstvermittlerin spricht, sondern wo es eben auch Publikumsstimmen gibt und man auch sehen kann, was die anderen eben abgestimmt haben. Und dann haben wir auch den Faden wieder aufgegriffen, unseres Spiels Next Level. Und aufgrund dieser vernetzten Struktur, die wir kurz vor Corona mit dieser Schnittstelle entwickelt hatten, kam Neugong dann mit einer aus unserer Sicht genialen Idee um die Ecke, nämlich, dass wir doch unsere Sammlung als Universum betrachten sollten, nämlich das Universum der Kunst. Und wie ein echtes Universum gibt es eben Sternbilder und Sterne. Und das war so die Anfangsidee. Und wir haben dann sofort begeistert diesen Faden aufgenommen, denn der Blick in die Sterne steht ja am Anfang aller Kulturproduktionen und aller kulturellen Traditionen, die es auch weltweit schon immer gegeben hat. Die Konstellationen von Sternen haben schon immer der Orientierung im Rhythmus der Jahreszeiten und Monate gedient. Und die Kunst wiederum, die erhalten geblieben ist, ebenfalls weltweit, lässt sich als Spiegel des Weltwissens deuten. Dass in Kunstwerken auch eben der Schlüssel zur Vergangenheit, dass in Kunstwerken der Vergangenheit durchaus auch der Schlüssel für die Zukunft liegen kann, das war ein spannender Ausgangspunkt für eine Narration, die dann unser Spiel bestimmen sollte. So haben wir dann daran gearbeitet, dass eben unsere Werke, die Sterne in dem Fall sind, dieses Kunstuniversums, und dass eben die zwölf Sternzeichen des Universums freigespielt werden müssen. Kleiner Eindruck aus dem Prozess, das geht also wirklich vom Scribblen zu einzelnen Screenshots und Wireframes, die dann entwickelt wurden, immer in wöchentlichen Calls zwischen Korea und Frankfurt. Wir haben uns also seither wirklich nicht mehr gesehen. Und auch durch Corona noch verstärkt war dieser hybride Einsatz oder das hybride Anlegen des Gameplays. Also man wählt vorher, ob man eben digital dabei ist oder ob man tatsächlich vor Ort ist. Das ermöglicht nicht nur eine digitale Nutzung ganz weltweit, sondern eben auch eine zeitlich flexible Nutzung, denn man möchte vielleicht gar nicht die ganze Zeit spielen, sondern bei zwölf Sternzeichen kann man sich vorstellen, das dauert auch eine Weile, dass man immer wieder einsteigen kann. Dann haben wir unterschiedliche Game-Mechaniken zunächst auf die ausgewählten Kunstwerke gerichtet, wobei die Kunstwerke haben wir tatsächlich anhand der mythologischen Kontexte der Sternzeichen, des Tierkreiszeichens eben auch ausgewählt. Hier sehen Sie einen Drag-and-Match-Mechanismus, der zunächst das Sehenlernen unterstützen soll und auch als Vorbereitung für die spätere Vertiefung dient. Also man zieht Schlagworte, unter denen auch Falschantworten integriert sind, in diese entsprechenden Kreise hinein. Dann gibt es diesen Drag-common-Mechanismus, da kann man Vergleichsabbildungen durch so einen Schieberegler miteinander in Verbindung bringen, vergleichendes Sehen dabei lernen und ebenfalls die Schlagworte zuordnen, indem man sie in diese weiße Fläche zieht. Dann gibt es auch einen Quiz-Mechanismus, der dadurch noch verschärft ist, dass es ein Spiel gegen die Zeit ist. Das ist oben dieser weiße Balken, den man sieht, der läuft dann ab. Und auch da geht es im ersten Einstieg um die Schulung der Beobachtungsgabe. Da wir nach wie vor immer wieder mit Inhalten zu tun haben, die man nicht in so einfache Ja und Nein oder richtig und falsche Mechanismen einfügen kann, haben wir in einer Weiterentwicklung dieses Umfragetools auch Fragen gestellt, die etwas unter die Haut gehen. Also wir haben ein Werk, da geht es um den Mythos der Medea, wo wir zum Beispiel fragen, ob man die Medea in dem Fall eher als Opfer oder als Täterin bewertet. Oder es geht um so rein intuitive Fragen, wie ob man diese Skulptur in der Mitte eher als, ob die einen eher an Gestein erinnert oder an einen menschlichen Körper. Und dann, wenn man das angeklickt hat, sieht man eben, wie die anderen abgestimmt haben. Also da geht es nicht um richtig oder falsch, sondern einfach nur um Eindrücke. Und das vermittelt zugleich die Vielfalt auch der Kunst, wo es eben nicht eine Wahrheit gibt. Und doch war uns dann schnell klar, das ist alles schön und gut und lässt die Werke entdecken. Aber uns fehlt noch diese Story. Warum soll man das zwölf Sternzeichen lang machen? Was könnte der Rahmen sein? Was ist die Mission? Und dann haben wir auch durch Gespräche mit Kollegen und einem befreundeten Dramaturgen sind wir nochmal stärker eingestiegen. in narrative Dinge. Also wir haben uns gegen Immersion durch virtuellen Raum und für Immersion durch Narration entschieden und haben uns dabei auch anregen lassen durch so Filme wie Interstellar zum Beispiel, also wo es tatsächlich darum geht, wie bringe ich jetzt nicht nur unsere Gegenwart, sondern auch die Vergangenheit der Sternzeichen und der Mythologie und der Inhalte unserer Werke mit unserer Gegenwart und unserer Zukunft aber auch zusammen. Und dann haben wir eben ein Szenario entwickelt, ausgehend von einem Werk aus unserer Sammlung. Das ist dieser Kirkabee, diese Bronze-Skulptur mit diesem, ja, wie so eine Art Loch oder Tor. Und dann ist es so richtig ein bisschen crazy geworden. Also das Spiel geht dann los, um es schon mal ein bisschen zu spoilern, mit einer Nachricht aus der Zukunft, wo nämlich Menschen der Zukunft eine Aufgabe an den Spielern, an die Spieler geben, weil nämlich das Wissen und die Zusammenhänge des Wissens in der Zukunft verloren gegangen sind, in einem langsamen Prozess und die Spieler aufgefordert werden, das wieder zusammenzutragen. Und das Ganze findet dann so statt, also man spielt dann die Sternzeichen frei, immer drei bis vier Werke pro Sternzeichen. Dann nach jedem drei Sternzeichen ergeben zusammen ein Element, kann man sich dann am Ende auch aussuchen. Und wenn man das richtig, ein Sternzeichen frei gespielt hat, bekommt man einen übergeordneten Erkenntnis-Text, den man dann eben in die Zukunft beamt. Und als Visualisierung dafür arbeiten wir mit so Farbkreiselementen, die dann am Ende das Licht geben, wenn man alles geschafft hat. Und das ganze Wissen soll dann in die Zukunft in einer Hall of Knowledge sozusagen eingebaut werden und dort zur Verfügung stehen. Wichtig ist hierbei wirklich diese zentrale Bedeutung der Rahmen-Story, die im Intro und im Outro platziert ist, weil nur dadurch die Spielmotivation erzeugt werden kann, weil dort auch das Belohnungssystem dann vorliegt, weil die Spieler im Laufe der Aufgaben nicht nur einfach die Sternzeichen kompletieren und Farbkreiselemente sammeln, sondern auch ihre eigene Kompetenz im Umgang mit den Objekten erhöhen und erweitern. Und dann gibt es diese sogenannte Kompetenzen, die man dann sammelt in unterschiedlichen Bereichen. Und gleichzeitig ist die Rahmen-Story dann eben auch dafür da, einen sinnvollen Bezug zwischen übergeordneter Mission und eben den Minigames der Sternzeichen zu leisten. Denn in jedem Werk, also das ist bekannt, aber dass Kunst und Leben eben ganz stark zusammenhängen und schon immer da nicht nur ästhetische Fragestellungen, ja, Ausdrucksformen gefunden haben, sondern dass es wirklich darum geht, auch über Gesellschaft, Demokratie, beginnende Gesellschaftsformen oder auch naturwissenschaftliche Erkenntnisse oder auch moralische Fragen, sich damit zu beschäftigen. Das alles soll mit diesen Aufgaben, aber auch über diese Rahmen-Story geleistet werden. Und das soll eben auch dazu dienen, dass man nicht das Gefühl hat, man macht hier einen Kunstkurs, sondern dass es wirklich ein Spiel ist, dass man gegen die Zeit spielt, dass man auch mit einem gewissen Anspruch an sich selbst, mit einem Ehrgeiz dann auch vollenden will. Und das gelingt eben nur durch diese anspruchsvolle Dramaturgie im Zusammenspiel von Realität und Fiktion. Die unterschiedlichen Spielebenen sind ziemlich komplex, was dann die Narration betrifft, also von Intro über die Elemente zum Sternbild, zum Kunstwerk, zur Story. Dann sammelt man Kompetenzen, dann kriegt man seinen Erkenntnistext. Zum Schluss hat man genug Energie zusammen, um das Ganze eben in die Zukunft hochzubeamen. So soll der Flow ungefähr sein. Wir hoffen, den Prototyp im Frühjahr fertig zu haben und werden dann mit dem Testing beginnen. Und die Testphase mit unterschiedlichsten Usergruppen haben wir sehr umfangreich uns vorgenommen, sodass wir dann in dem zweiten Schritt das Ganze dann nochmal mit dem Userfeedback optimieren. und ja, ich danke für die Aufmerksamkeit.